Willkommen liebe Leute zu einem weiteren Trophy-Tipp hier bei Landwirtschafts-Simulator 15 oder Farm-Simulator 15. Diesmal finanzielle Verfehlung, da müsst ihr ja zum ersten Mal, beziehungsweise ja gleich am Osttag, jetzt sehr tief rutschen. Dazu startet ihr einfach hier eine neue Karriere, am besten mit einem neuen Speicherstand. Und werdet einfach nochmal schwer aus, das ist relativ egal, ich zeige es euch mal mit einfach. Das hier ist auch Wurst, Björn Holm oder Westbridge. Ich gehe einfach mal zu Björn Holm rein und dann sehen wir uns gleich wieder hier, soweit das Spiel geladen ist. So, sobald das Spiel geladen ist, drückt ihr natürlich hier auf Start, dass ihr reinkommt. Die Grundelemente und so weiter könnt ihr natürlich überspringen oder machen. Müsst ihr selber wissen, ich gehe jetzt hier mal auf Nein, genauso auch wie OK. Und dann seid ihr hier drin, habt 12.000 Euro rechts oben zu sehen, zur Verfügung. Der Tag startet bei 6.40 Uhr mit einer fünffachen Sechgeschwindigkeit. Und deswegen drückt ihr zur Allauswahl die 3X-Taste auf der PS4. Xbox müsste ja dann ähnlich sein, ich weiß gar nicht, was das dann wäre. Auf jeden Fall die obere Rechte. So, genau. Da drin schaltet ihr euch einfach um, was ihr jetzt auch für 11.992 kaufen könnt. Ist relativ simpel, Gewichte und sowas. Oder Kettensägen sind natürlich hier relativ günstig, die Dinger da zu holen. Traktoren etc. stattdessen günstig sind die 37.000, deswegen scheidet das aus. Das hier würde natürlich auch gehen. Also ihr guckt einfach hier nach, was euch da lieber ist, irgendwas zu holen, was relativ sinnlos ist. Ich nehme jetzt einfach mal das hier, dass ich ein bisschen mit dem Geld runterkomme. Jetzt haben wir hier nur 4.7 und scheidet das aus. Die hier auch. Dann nehmen wir einfach mal noch hier das hier mit 1.7. Dann nochmal 1.7. Dann haben wir jetzt noch 1.3. Holen wir hier nochmal was mit 800. Dann haben wir jetzt noch 592. Das dürfte sogar, glaube ich, für nichts mehr reichen. Selbst die Kettensägen sind teurer. Oder ja, die kosten 1.000. Das hat sich dann erledigt. 592, das geht auch nicht mehr. 600. Ja, gut. Das dürfte das größte als Gewinn sein. Oder was kostet sowas hier? Ah, hier. Guck mal hier an. Holen wir uns auch ein Schaf. Und ein paar Hühner. So viel, dass ich halt jetzt nur noch 12 Euro habe. Und dann switche ich um. Einmal nach rechts drücken hier auf den Mähdrescher. Mache hier erstmal X ankuppeln, dass der Drescher da alles drin ist. Und dann hat man hier theoretisch die Möglichkeit hier, wenn man dann L1 drückt und X, die andere Maschine erstmal aufzuklappen. Weil vorher geht es hier leider nicht, dass man mit Kreis, wie man links oben sieht, einen Helfer einstellen kann. Das machen wir auch. Kreisdrücken für den Helfer. Dann könnt ihr eigentlich auch aussteigen, wenn ihr wollt, mit der 4X-Taste. Und jetzt wartet ihr einfach nur ab. Wenn es bei euch länger gehen sollte, drückt die Options-Taste. Und switcht hier rüber mit R1, L1 könnt ihr das einstellen. Die Zelt-Skalierung auf 120% stellen. Und dann einfach nur wieder mit Kreistaste zurück. Kurz abwarten. 3, 2, minus 6, minus 5 Euro. Und ihr habt die Trophy finanzielle Verfehlung. Easy going. Wie gesagt, was ihr gekauft, ist Wurst. Hauptsache ihr kriegt das Geld los. Und ja, haut rein. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Servus. Ciao. Bis zum nächsten Mal.